Der Altwiener Ostermarkt auf der Freyung verbreitet österliche Stimmung rund um die Feiertage und Eiertage in der Wiener Innenstadt. Täglich von 10 bis 20 Uhr bieten über 44 Aussteller Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und ein buntes Musik- und Kinderprogramm. Und nicht nur das, auch Europas größter Eierberg hat sich auf der Freyung so richtig in Schale geworfen. Wer trennt?